Liebes Brautpaar, herzlich willkommen bei Hochzeitsplanung perfekt. Mein Name ist Andrea, ich bin IHK-zertifizierte Hochzeitsplanerin und werde mit viel Liebe zum Detail, Engagement und Herzblut eure Traumhochzeit zum Leben erwecken. Wir werden in einem Gespräch eure Vorstellung eurer Traumhochzeit durchgehen und ich werde dafür sorgen, dass am Tag der Tage alles so wird, wie ihr euch das vorstellt. Ich freue mich, euren großen Tag im Hintergrund begleiten zu dürfen und euch voller Vorfreude ein aus vollem Herzen kommendes Ja, ich will's hören. Mit Erfahrung einem Netzwerk aus zuverlässigen guten Dienstleistern, die auch dafür sorgen und dazu beitragen, dass eure Traumhochzeit wahr wird, werden wir einen unvergesslichen Tag für euch gestalten. Ihr werdet Mittelpunkt der Feierlichkeiten sein. Ihr könnt mit euren Gästen ausgiebig feiern und müsst euch um nichts gewinnen. Bei mir werden alle Feen im Hintergrund zusammenlaufen, sodass ihr entspannt euren Tag begehen könnt. Ich bin Ansprechpartner für alle Dienstleister, für all eure Gäste und natürlich nicht zu vergessen für euch. Für meine bisherigen Brautpaare ist immer gut zu wissen, dass ich im Hintergrund für sie tätig bin. So könnt ihr mit euren Gästen ausgelassen feiern, die Kerzenlichtstunden genießen und die Bauchkribbelmomente einfach wirken lassen, die Emotionen genießen. Wenn ihr auch eine stressfreie Planungsreise erleben wollt oder euch beispielsweise auch eine Tagesbetreuung durch mich wünscht, dann zögert mich, sondern bleibt mir nur noch zu sagen, meldet euch gerne. Lasst uns bei einer Tasse Café über eure Wünsche und Vorstellungen einer Traumhochzeit reden. Und gerne bin ich an eurer Seite. Bis dahin, alles Gute für euch, alles Liebe, eure Andrea.